Herr Kiesewetter, seit Wochen befinden sich die Ukrainer insbesondere auch militärisch in einer Sackgasse. Das hat nun auch sogar der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Valery Saluscheni eingeräumt. Der Winter, der wird das kaum besser machen. Sie haben auch gesagt, das schreibt die Situation eigentlich immer fest. Sind wir denn jetzt nicht allmählich in der Zeit angekommen, die eigentlich günstig wäre für Verhandlungen? Was soll denn verhandelt werden, dass die Ukraine Gebiete abtritt, hinter denen furchtbare Kriegsverbrechen stattfinden? Das Dilemma, das wir jetzt haben, ist das Ergebnis mangelnder europäischer Führung. Die Masse der Unterstützung kommt aus den USA, etwa 70 Prozent. Wir müssen zwei ganz starke Signale senden. Jetzt erstens an die Amerikaner, dass wir Europäer sie entlasten, also deutlich mehr tun, auf Augenhöhe mit den Amerikanern kommen. Zweitens erwarte ich vom Bundeskanzler, dass er gemeinsam mit europäischen Staats- und Regierungschefs einen Appell an die eigene Rüstungsindustrie leistet, mit entsprechenden Finanzierungszusagen, dass nicht immer nur versprochen wird. Deutschland ist Meister im Versprechen, aber nicht Meister im Liefern. Und dass wir auch uns sehr ehrlich machen, dieser Krieg wird noch einige Zeit dauern. Und das Thema Verhandlungen. Russland will nicht verhandeln. Russland sieht ja, wie müde und schwach wir sind, dass wir an Verhandlungen glauben, währenddem russische Kinder, ukrainische Kinder nach Russland entführt werden, Frauen vergewaltigt werden, Männer ungeheuer gequält werden. Also hier geht es jetzt darum, dass wir uns im Klaren werden, wenn die Ukraine zerfällt, kommt Massenflucht zu uns, wird Amerika sich Trump zuwenden und werden die Europäer vor einem Scherbenhaufen der Unglaubwürdigkeit stehen. Und hier ist jetzt der Bundeskanzler gefragt, der viel zu vorsichtig mit Russland umgeht, die Ukraine kaum erwähnt. Ich habe manchmal den Eindruck, er setzt eher auf Verhandlungen und auf eine Niederlage der Ukraine. Es geht darum, jetzt alles zu tun, dass die Ukraine im Frühjahr mit frischen Kräften und deutlich besserer Ausstattung ihre Gebiete befreien kann. Letzter Punkt, Kriegsziele. Wir müssen uns im Klaren sein, dass die Ukraine ihre Gebiete befreien muss. Der Kanzler erreicht ja nicht mal sein Minimalziel, dass die Ukraine nicht verlieren und Russland nicht gewinnen darf, wenn er so weitermacht. Vielen Dank. Vielen Dank.